Ich kandidiere für den SPD-Vorsitz aus diesen Gründen. Ich möchte, dass die Arbeitsplätze sicher sind, dass die Kettenverträge unterbunden werden, dass die Menschen eine bezahlbare Wohnung finden, dass die Renten gesichert werden, dass das Klima wieder erträglich ist und die Umweltzerstörung aufhört, dass der politische Extremismus entschieden bekämpft wird. Das alles bedeutet große Anstrengungen, aber das Vertrauen in den Staat, dass er unter anderem sich für eine faire Gesellschaft einsetzt, muss wiederhergestellt werden. Ja und deshalb kandidiere ich mit Leidenschaft für den SPD-Vorsitz. Perfect.